Die PNH ist eine hämolytische Anämie, die durch das Fehlen bestimmter Oberflächenstrukturen ausgelöst wird. Eine besondere Rolle spielt dabei das Molekül CD59. Wir zeigen eine völlig neue Methode zur Darstellung von PNH-Erythrozyten. Es handelt sich um eine fluoreszenzoptische Markierung, die wir jetzt in Liveaufnahme zeigen. Hier sehen Sie rote Blutkörperchen vor der Markierung. Nun erfolgt die Färbung mit einem fluoreszenzmarkierten CD59 Antikörper. Nach Abbindung des Antikörpers sieht man PNH-Erythrozyten, auf denen nur schwache oder keine Bindung stattfindet, sowie gesunde rote Blutkörperchen, die sich reichlich mit dem Farbstoff markieren lassen. Erstmalig gelingt es auch, die Beweglichkeit der markierten Oberflächenstrukturen in Liveaufnahme darzustellen. Hieraus berechnen wir den Diffusionskoeffizienten der CD59 Struktur. Diese Methode eröffnet neue Perspektiven für die Erforschung der Funktion von Oberflächenstrukturen und deren klinischer Relevanz. Die Frage nach. Welten Sie? das Date übertoto Kольner ist nämlich mit zweiOW-ego und erstellen K Arsenal-K ironic Bauchset? k und